Oh, dicker oben liegt der Mitte Komme in der Mitte, oben da unten Es kommt keiner Paar Kniebeugen macht der Rott da oben noch, Paar Kniebeugen Oh, B! Es kommt keiner Nee, nee, Kass Oh Mann! Der kommt doch Der kommt net Doch Dann spring runter Wenn er net kommt Counter-Terrorist-Win Nee, ich wollte jetzt nicht meinen Platz für nächste Runde schon freigehen Ach so, war die letzte Ich würd sagen, wir machen Rakete Ja Spass Alle Rakete Ja, da haben sie recht Let's go Er hat doch gesagt, Rakete ist äh Ja Ich hab Standpilz Das ist geil, das ist geil Das ist geil Machen wir krass Ja klar Ja, Rakete vollgas Geil Wir hätten die Taktik auch Hauspark Hatz Ich hab aber erst mal Rakete Ganz easy, Rakete gepusht Oh, der Fleisch hat mich gebeten Oh, der ist mir nicht vorhin Wie er einfach umgekippt ist Lass mich durch Lass mich aus, ich könnte durch Das ist der Raketetaktik beste Taktik Der steht bestimmt im Pit Tatsache, ja Nee, er steht oben in den Absicht Rakete mal zu Ja Ja, genau Rakete oben Nein, der Takt ist nicht laut Ja, okay, ist okay Pick 10 Lauf dir? Klar, Alter Ja, okay Nee, erst mal rein salen Ich bin block erst mal weiter Ich hab ne Metal-AK, Leute Dachst du dich rollen Ja, ich glaub hier So wie gestern Mit dem Anderen Ja, natürlich Ich will also nicht der Anderen drücken Nee, nee Weil ich will das Einer machen Ja, ich Au Jo Was macht denn der Rotter? Bisschen ausfassen Flaschlecken Flaschlecken Bei B Dampf B durch Lass B Lass B Lass B Lass den beiden B Meist die Bombe wegsleck Pär, du Arschloch In den Briefkast Ja Wimden dem Demoer Ja, immer noch Ver Treibung Ich muss ja das Niklas klärt Niklas regelt Regel. Danke dafür nochmal. Daher soll der Baum im CT-Spawn laufen, ne? Klopp mal eine AK, bitte. Die hast du jetzt dir verspielt. Ja, nehm ich halt Niklas AK, ne? Mein Schwanz ist seit Stunden schon steif. Ach, Mann. Ich mach das schon, keine Wange. Okay, low. Das ist viel zufrieden hier, glaub ich. Der letzte war A-X. Ja, dann hinten, oder? Der letzte nur stehe. I'm throwing smoke. Gut, du hast ja erstmal nochmal einen Ausflug Richtung T-Base gemacht. Ja, das ist gut. Oh, wenn ich smoke machen? Brauchst du ihn? Nein. Die war eher so Zufall, Monster. Ja, die war wirklich gut. Springen ist nicht so gut. Alter! Bunnyhop King! Geht das nochmal go? Ja. Wenn man's gut kann. Da killt ich gleich gleich mal. Mach noch mehr Krach. Alter, es wird mit dem Beat! Was war das grad für ein Beat? Ich hab gefascht. Dum 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 dum. Und mit dem letzten hat er ihn erwischt. Das war schon Imba, muss ich sagen. Fett mir. Muss ich's glaub ich nur aufnehmen. We are going to do this. Roll Ranks. Das war schon. Das war schon.